So, ich nehm mal wieder auf, ne? Jo. Oh, nach den drei Spielen muss ich echt kacken. Ja, ich auch. Holy shit, ich hab den Pfiff. Ich hätt wohl Bock zu saufen. Demolition. Wollen wir schon mal zwei Eigentore schießen oder so? Das ist eine Chance haben, oder was? Noch eine Minute runter? Ja, zwei Tore, Vorsprung, eine Minute Spielzeit. Und die haben Mutatoren an? Power-Shot. Ja, genau. Hola. Spikes. Ich glaub, das verwirrt die eher. Man hätte es eben Mutatoren anmachen müssen. Durch, was? Durchfall-Party, Alter. Ja, den wirst du niemals in der Top 100 sehen. Holy shit. Ich wollte gerade schreiben, good luck. Ja, mach mal. Meins uns dann damit. Ja, lass den mal jetzt so richtig den Arsch aufreißen. Alter, wieso haben wir so einen hohen Ping? Hast du über das Server Asien genommen, oder was? Ach, du Asien. Boah, Digga, was geht denn hier ab? Wie, warum ist der Ping so hoch? Es ist US-Server. Warum ist es US-Server? Ja, es ist US. Warum zum Fick ist es US-Server? Keine Ahnung. Scheiße. Schade. Durchfall-Party. Wir müssen eigentlich nochmal neu starten, ne? Ja. Ach komm, ich lief einfach. Na, warte doch. Pass doch erstmal. Schreib dir erstmal an. Was ist. Ob du liefen sollst. Weil... Ah, schade. Ja, Ping. Das ist abartig. Ich weiß nicht, warum das US ist. Aber ich glaube, die haben das noch nicht mal gehofft. Naja. Was? Was? Habe ich eigentlich getroffen. Ja, tschüss. Boah, Zucker. Alter. Na. Na, super. Oh mein Gott, der trifft dir nicht. Rückpass? Ja. Hopp, ich nochmal. Okay. Jo. Ah. Ich war da. Ja, ich weiß. Wo? Hopp. Ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost. Auf mich hier. Ich habe keinen Ohr. Ne? Da hast du bei mir gar nicht getroffen. Machen wir zu mir? Oh. What? Was ist denn das denn? Oh, der war richtig komisch, der Adolf! Was ist das denn? Alter, das ist nur ein Swiss-Tour-Bahn, ey, das gibt's doch nicht! Schreibt ihm, haben die schon geantwortet? Warte mal! Alter, das können wir ja nochmal machen! Das ist ja unspielbar! Alter, die Welle sind ja so unpredictable! Glaub mir, wenn die jetzt verlieren, wollen die wiederholen, wenn die gewinnen, wollen die nicht wiederholen Ach! Sollen die denn gewinnen? Ja Och Boah! Aber ich kann das doch, glaub ich, in den Einstellungen ändern, oder? Wo am Spielen? Äh, boah, weiß ich nicht Ich hab ungefähr zwei Sekunden später Boost bekommen Als nachdem ich über ein Pad gefahren bin Bei mir lenkt das fast gar nicht Oh, guck mal, grüner Bereich Ja, hier! Ja, hier! Ich seh ich! Einer? Robert, immer noch nicht da! Ja! Haha, da geht's mit keiner die Ballen! Oh, Gott! Tja! Kann passieren, ne? Ja! Einer? Mitte? Okay, ich hab's bei mir nicht getroffen Ja, ich hab's bei mir nicht getroffen Magic Holy macaroni Ey, der Ball war so komisch Bauer Da ist keiner Da ist keiner Da ist keiner Da ist keiner Alter Schwede Was wir den Server erstellt haben, ne? Die wollen doch einfach weiterspielen, ne? Die wollen einfach weiterspielen Ey, er schreit, hast du dir angeschrieben? Ich schreib dem gerade die ganze Zeit Match settings Machen wir's nochmal von vorne Oder zählt das erste Spiel? Ja, ich schreib, wir fangen von neu an Halleluja Null Null Null, oder? Und er schreibt halt nicht Null Null Null, oder? Und er schreibt halt nicht Null Null Null, oder? Gut, aber er bedankt sich mal Gut, aber er bedankt sich mal Ah, das ist doch mal ein gescheiter Ping, ey Ja, jetzt kann man auch mal wieder spielen Ich warte hier die ganze Zeit auf den Pass, hä ne? Is nich nötig Die Durchfallparty verfehlt Vielleicht so Den Krieg der eh nicht Hast du den? Mach mal Mitte Oh, der war so schön Ja, ich bin Mitte Och Mann Hoffentlich haben wir morgen auch nur solche Gegner Ja, ich bin voll dabei Ja Zumindest können wir sagen, wir sind nicht in der ersten Runde ausgeschieden Oh, ach du Scheiße Oh, da kommt ja doch noch dran Oh Gott Oh Gott Geht schon den? Ja, wir noch nicht Was vorne drin, rechts Ach, ich wollte auch mal ein Tor schießen Wann mal Alle drei, ich hab keinen Boost Ist egal Schön Ja 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 Oh Oh Alter Alter Ich hab keinen Boost Mein Boost Die gehen da nicht alle immer zu dritt drauf, ne? Ja Lass mal ein paar schöne Plays jetzt raushauen Ja, eben Lass die mal kommen Mach mal rechts rüber Ich bin vorne, ich bin rechts Warte Er kommt Naja, zu kurz Das ist Schmitte und nicht rechts Ja, das ist auch Das ist doch rechts jetzt Bitte? Oh ja, schöner Doppelfack Wir von Team Renegades zeigen euch, wie man ein Passspiel betreibt Komm, rechts Rechts immer Das war rechts Ach, das war scheiß Was, was denn? Das ist ein Scheiß Oh, der ist drin Den habt ihr nicht Hab ich nicht Warte mal, jetzt bitte Pure Verwirrung Guck, alle weggebombt Drauf Ball Chasing Nein, ich wurde gebombt Komm, komm Oh, gut Hopp, vorne rechts jetzt Du mal, komm Ja, du Ich kann doch nicht weiter rum mit der Karre Ich fahr doch hier den Ich weiß nicht, wie der heißt, der Wagen Pinch Komm, jetzt warte mal einen schönen Ceiling Shot Ja, okay Ich gehe nach hinten Rechts Ach, das ist doch wieder eine Gurke Ey, Junge Ich bin krankes Fuck Ich bin froh, dass ich den Controller leben kann Ja, tut mir leid, sorry Okay, ich wollte es ja alles Ja, toll Lass uns, lass uns mal zusammen spielen Mach doch, versuch doch auch Backboard Ich bin froh, Herr Frau, hi, da habe ich es nicht geschafft Also ich bin froh, Herr Und ich bin froh, Herr Hoffentlich trifle ich jetzt beim Anstoß wenigstens Ja Nein Ups Nein Tut mal leid Ich hab nur Kev gesehen, aber Hast du? Ich hab ja keinen Boost Das ist so ein Ego Nein Wo warst du? Ich hab auf deinen Pass gewartet Achso Jetzt geht der da schon wieder hin Komm, komm hoch Ach, ich lasse nichts mehr über die Komm Ach Mädels, komm rechts vorne jetzt Nö, mach ich nicht Seh ich nicht ein Mach du Seh ich nicht ein Wenn du nicht gehst, geh ich auch nicht Heilige Makrele Ich hab zwar keinen Boost, aber 1-0 Meine Kirschen Die sind gut, ne? Von wem hast du die nochmal? Ach, ich weiß auch nicht Zehn Torschüsse Und kein Torschuss war gut rausgespielt Traurig Ja Wo ist denn jetzt auf einmal der Name vom Gegnerteam hin? Ist er da? Bei mir war er gar nicht da Egal 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 Ebalm ist links Ich bin auch links Okay, der war gut Das ist deiner Ich bin hinten und habe keinen Boost Ja, mach mal Weil Ach Das ist übrigens kein Boost Du kannst ja keinen Scheiß mehr machen vorne Ja, und Ja Ja, weißt du Der Ego Der Ego Kevin hier Ich versuch schon Euch auszubremsen 106 kmh Oh, ja, hat er den reingezimmert Ich komm mal mit Links Alter Habs gesagt Äh, und vorher hat Phil gemeint, er kommt mit Ja, ich weiß Ich dachte, mein Board liegt mehr Geil Ja, Kev, komm Wo bist du? Alle fliegen drauf Klar Ja, klar Ja, klar Ja, klar Dank Gott Ist keiner da Ich hab mich ja gerade in die Mitte Reit gekickt Oh, jetzt bist du auch da Komm nochmal Kev, komm Oh Oh, crap Oh, crap Oh, crap Oh, crap Ich will hier mit einem 3 zu 0 rausgehen, ne Der Phil jetzt ist für mich ernst Ja, komm Ja, komm Jetzt mal ein bisschen ernst Hör auf, was ist Wo seid ihr? Ach, yo Ach, Kevin Er trifft ihn nicht Nochmal Wow Oh Gott Oh Gott Wir verlieren das Wir haben nämlich keinen Boost Kannst du nochmal? Sorry Nein! Noch mal? Oh, er war schön Oh Gott Krieg ich nicht? Oh, wir haben verloren Oh Gott Nein Kein Boost Keiner hinten Nein Nein, ich bin an der Decke Aufmachen, bitte Oh Gott Auf, komm Jetzt macht das Scheiß Das Ding rein, Alter Ohne Witz, ich hab kein Booking in den letzten da Jetzt mal ohne Scheiß Ich find das auch gar nicht lustig Kann daran liegen, dass ich krank bin, aber ich find's einfach nicht lustig Gut Gut Tschüss Aufmachen Aufmachen Was Was? Was? Oh Schau Links Ich hab keinen Boost Ich hab immer noch keinen Boost Tut mir leid, ich wollte eigentlich gar... Du hast mich so verwirrt Du hast dich wieder orientieren müssen Hast dich wieder orientieren müssen Fällt mal von euch zurück Ja, es kommt Ja, es kommt Komm mal Na komm Geht doch Müssen wir noch ein Spiel danach machen? Eigentlich ja, ne? Nö, drei Die Nummer drei Spiele Okay Nicht BO3, sondern einfach 3 Ja, das ist Wahnsinn, sie könnten noch ein paar Zorte oder was Was ist das denn, Alter? Guck dir das doch mal an Der hat einfach weiße Sombas, Alter Beide Backflip Oh, sorry Oh, geil Auf, haut das Ding vor Kann ich nicht Oh Gott Da hat jemand geblockt hier Ja, wieso? War doch Torwart-Ding, oder nicht? Wenn der da hinten rollt Ja, klar Ja, also Guck mal, dass ich geblockt habe Komm, einen noch Oder wollen sie jetzt nicht mehr? Die müssen... Die müssen... Die müssen nochmal Ran Die kriegen jetzt nochmal auf die Fresse hier Ja komm, jetzt konzentrieren wir uns einmal Gibt's auch auf die Fresse Komm, jetzt machen wir's dreistellig He, ja 500 zu 0 jede Sekunde Für was bedanken die sich denn? Dass sie gegen uns verlieren dürfen wahrscheinlich Das ist für die ein Wer? Deiner? Inneres Kirschenpflücken Ja, ich hab Kirschen auf'n Dach Ja, ich hab Kirschen auf'n Dach LOL Oh 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 Ich wollte den nochmal ablegen Aber du bist nicht weiter geflogen Ein Boost Hast du? Was? Oh Gott Was ist doch denn? Was? Ja, ich war mir nicht sicher, der da hinkommt Ich war doch da Oh, was? Hab ich No No Ich hab keinen Boost Ich hab keinen Boost Ich hab keinen Boost Oh mein Gott, der macht's wirklich nicht! Ah Oh, was im Schuss Nenn mich, Robert Na? Lehn dich mal nicht zu meinem Außenfenster, mein Freund So langsam ist bei mir noch nie ein Ball rein 13 km 13 km Aber Da war ja gar nicht so schnell Das letzte Mal Bei mir war das eben Bronze 1 Bereich Da Ja gut, da rollen die Bälle halt aber auch rein Nochmal Mitte No Boah Na, ich hab Boost verpasst Oh, 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 oh Oh Und ist so knapp, oder? Knappes Hülschen Kommt nix Es kommt auch einfach nix Rechts Du warst so kurz Ich geh nicht Boah Ich hab's los Der war aber Grinderplatz Der Pass war gut, ja Jesus, wer soll denn da reinkommen? Digga, das ist doch ein Pinch Rechts Ach so F, links Ach, ich hab was so Alto, Belly Ja so, ich hab immer noch keinen Boost hier Millimeter zu schnell Millimeter Da Alter, war das schlecht, Michel Das war grottig Das war grottig Das muss er sich ja richtig für schämen Was soll ich dazu sagen? Wieso war das gut? Aber ich kann, jetzt hab ich da zu wenig Boost für Oh, nicht schlecht Bauch Beschwer dich nicht, dass du keinen Boost hast Du hast mich reingeschippst Oh Gott, Double Touch Auf geht's Oh Gott, Double Touch Bis zu Rumble Ja, sorry Brauen Pisse sind es hier Ach so, Mann, er könnte es Brauen Pisse ist das Ich follow Ich follow Er geht nach rechts Gut, dass Micha morgen vierter Mann ist Was? Ich bin vierter Mann, glaub ich Wenn Robert überhaupt kommt Was? Wieso nicht? Ja, wenn er noch jetzt bis Montag durchsäuft Was ist das? Ja, der Cameron, der macht wieder alles alleine Ja, ne? Ey, Dicker, komm Ja, Dicks, komm Ich hab jetzt auch schon seit drei oder vier Tagen keinen Rocket League mehr gespielt Ja, du musst auch deine Arbeit mal ein bisschen ändern, ne? Also, das geht ja sowieso nicht, dass du hier erst um 9 Uhr Zeit hast Was? Der war gar nicht so schlecht Guck mal, den hab ich doch Mach doch mal rechts Boah, Mitte Pfff Hallo Ey, ich... Ja, der ist einfach hingefahren Ey, ich war da schon Guck nicht nach hinten Sollts zuhören Das wirst du schön in dem YouTube-Video sehen Was du hier alles fabrizierst Schon wieder Boost Ich glaub, wir geben Boost hier, der Philipp Der fährt nur kreis... Jetzt hat er sich noch hinten genommen Ich glaub, ich war verrückt Du hast hier mehrmals beide Boost-Points genommen Die dicken Dinger Auf einer Seite Beim Anstoß Und ich bin immer mit Null gefahren hier Und ich bin immer mit Null gefahren hier Auf Boost Schau, mach was raus Ja, den blocken sie jetzt Danke für gar nichts Woll ich einmal meiner Freundin hier, äh, was beweisen Dass ich das kann Aua Geht ihr gerade so zu, oder wat? Nein, nein, nein Später Den hab ich Gut Bitte Ich hab gedacht, Käft hat da dran Es sah von mir so aus, als geht Käft hat da Ja, ich hab gedacht, der kommt mit ein bisschen Schmackes wieder rüber Hab ich Hab ich Was ist an hab ich nicht zu verstehen? Ich wollte es nicht Hahahaha Wir los, doch Kommt nur einen, schön Oh 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 Ihr konnte mich Ihr konnte mich Ihr konnte mich Ihr habt es so krass gequält, alter Ah, ich wollte noch, ich wollte noch ein Tor schießen Oh Gott Guck mal, ich hab sieben mehr Reingaben Scheiß hast du gemacht Was ich jetzt noch mal Was für bereit ist, das war's Trottel Ja, spiel du noch mal gegen die Ja, das war doch ein schönes Spiel Gut zusammengespielt Keine Einzelaktionen Gute Rotation Und Sonst kann man auch eigentlich sehr zufrieden sein Für morgen ist alles safe